Wir stellen einen wunderschönen Aperitif für heute, eine Gin & Juice aus Österreich. Dazu natürlich ein Semsys Plus Glas aus dem Hause Aisch. Wir wollen als erstes zwei, drei Eiswerfer rein. Als nächstes benutzen wir Gin aus Österreich, weiße Bau aus Aksberg bei Linz. Das wird so, je nach Stimmung, ich würde sagen am Frühnachmittag, wir beginnen mit vier Zählen und zwei, so viel Dessert. Wir messen das Ganze auch mit einem wunderbaren Bio-Traubensaft aus dem Hause Rot. Da riecht man schon aus dem wunderbaren Glas natürlich die ganzen Aromen raus. Verrühren das Ganze einmal dazu. Dann ganz wichtig, wir machen uns eine schöne Zitronenzeste. Zitronen müssen wir waschen vorher, mit der Rischen Öle raus, markieren uns das Glas frisch. Ganz wichtig, den Stühlen, dass wir immer schöne, frische Finger haben. Zitronenzeste rein, fertig ist der Challenge. Viel Vergnügen.